Herzlich willkommen zur Talk24 am 7. Dezember. Die angepassten Corona-Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und Moderna, die bislang nur bei Auffrischimpfungen eingesetzt wurden, können nun auch bei Erstimpfungen verwendet werden. Das hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA entschieden. Es geht um die sogenannten bivalenten Impfstoffe, die sowohl vor dem ursprünglichen SARS-CoV-2 als auch vor den Omikron-Sublinien BR4 und BR5 schützen sollen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeitenden genau erfassen. Mit dieser klaren Aussage hat das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil im September überrascht. Jetzt liegen die Urteilsgründe vor. Die Richter berufen sich auf die korrekte Umsetzung einer EU-Richtlinie. In Österreich können ab dem Frühjahr 2023 auch Privatrezepte digital ausgestellt werden. Zum Einlösen aller Rezepte kann dann die E-Card verwendet werden. Alternativ kann der Ausdruck des Tokens auch gescannt werden oder die App verwendet werden. Die entsprechende Gesetzesänderung wurde heute im Gesundheitsausschuss des Parlaments besprochen. Wie viele andere Corona-Impfstoffe ist auch das Vakzin von Valneva künftig länger haltbar. Insgesamt 15 Monate kann der Impfstoff ungeöffnet und gekühlt gelagert werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.